Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Macht des Marsch, ich grüße euch zum Mittwoch, dritte Folge. Ich muss aber in den Tagen ein bisschen üben, dass ich weiß, wann die Folge läuft. Gedächtnis-Trainer haben wir das, das ist weit weg, auch weit weg, so, Dünger ist voll, das kann man eben von Zivil stehen lassen, oder auch nicht, wir werden hier zum Feld Nummer 13 fahren, Dünger-Missionen waren so nicht mehr, sehr naturbedürftig, ja, wir werden mal hier per Menü das machen, es gibt da einen anderen Traktor, und zwar den, den ich gerade fahre, gibt es als Motto jetzt, ja, 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 da kann man die Farbe einstellen, ach so, und hier ist das ein, Jo, okay, dann kann man auch nicht sehen, was ist das anders? Nokia Matthias Matthias Michelin 280 PS, das 10 PS mehr Die Feldenfarbe kann es gestalten und die Designfarbe ist ein bisschen anders, Metallic, Hauptfarbe Sieht geil aus, ne? Höh! Könnt mir so gefallen! Reifen und Gewichte, aber keine Pflegereifung. Trelleburg Ja, das hat keiner vor, ich habe nur... Ich habe nur... Ich habe nur Strafen, okay? Ah, okay. Ja, gut. Man hat nur vorwissen, ne? Die Pflegebereitung ist ja eigentlich... Ja, ja. Ja, ja. Wunder sehr wichtig. Die Zugmaschine für den Acker ist ja eigentlich so, auf Dauer zu schwach. Für die großen Geräte. Aber gut, da ist ja eine andere Geschichte. So, um die Ecke, um die Ecke und dann rechts. Ich muss mal wieder mal drücken auf Countdown, ne? Stell mal hier vorne hin, wirst ihr bald die Wachstumstube kommen. Mehr oder weniger bald. Ja, LKW... Wir können... Wasser geben, aber in LKW kommen noch nicht rein. Die brauchen noch ein bisschen. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Was machen wir jetzt? Weitere Mission? Was haben wir denn? 16 Erden? Oh, das ist heftig. Für 40.000. Alles klar. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da muss ich noch ein paar Gerüte bekommen. Die haben auch solche Dinge zum Anderen. Ich konnte mal bekat vor. ich wollte wasser holen die großen felder zahlt aber so schlecht da können wir schon mal einen kurs vorbereiten und zwar bewiese rundherum drei meter tomatisch weich und da haben wir es anders gerät das und weiter ist bei minus im grunde gar speichern muss im prinzip nicht mehr als 21 wieder Ja, Lager, Raffinerie, Raps und Sonnenblumen. Ja, wir haben nichts da. Milch haben wir noch da, haben wir Milch da? Mir ist doch noch mal eine Milch, normalerweise. Diesel, Mist, Gereste, Klamotten, Mohn, Hirse. Sand, Erde. Kommt noch. So, das Mais dürfte reichen. Wir haben jetzt die Scheibe nicht gemacht. Das sieht so gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben ein bisschen BGH. Wir werden mal ein bisschen die Lagerbahn kaufen. Bisschen Geld drucken. So, das heißt, wir gehen jetzt mal auf den Händler. Und vierte mal die BGH. Das ist nicht, dass das Ballen. Das ist auch nicht. Ballen. Weizenstroh. Im Grunde ist das nicht geworfen. Ach, Stück. Kaufen. So, kann man zum LKW gehen, ne? Passt eh. Und bevor wir hier nichts zu tun haben, verarbeiten wir uns mal diese Lager nach BGH. Vermögen haben wir damit nicht, weil wir ja den gekauft haben. So. Quaderballen haben wir nicht. Wir haben Rundballen. Mal gucken, wie das ist. So. Wo hängen wir jetzt fest. Mit Schwung. So. Ein paar können wir noch kaufen. Zwei, zwei. Ja. Können wir noch mal vier kaufen. Zum Beispiel mal. Hier sind wir, ne? So am Exo reden, ne? Zwei noch. gut aber 48 ballen das geht nicht ja neue fahrzeuge ist auch gut wenn man schauen mal die ballen ein kriegen und zwar nicht zu viel stück hinweise so wenn die raum dringend mehr mischfutter für die kühe war es eigentlich auch so aber nach rechts jetzt auch fast fertig fast fast auch nicht ganz stück hinweise reinfahren damit sich das stück hinweise nimmt nicht zu schnell gut das ist natürlich eine schweinerei ne aber das ist halt so das ist nämlich fast leider viermal haben wir jetzt einen takten Akku aber das ist zu viel das ist zu häufig können wir fast selber aussehen machen wir nicht in der Frucht die gehen wir runter und langsam zum Führer zeigen bevor das wächst dauert nicht mehr lange das war eine bremse justieren meine bremse justieren so dann auffüllen und dann weiterfahren lassen Dünger ist ja top das ist ja ausreichend ganz zu füllen naja die meisten sind ja noch zu klein ne da fahren wir gleich quer rüber jetzt werden wir die alte Spur schauen so da hat man alles gehört nach ganz oben irgendwo ist hier ein bisschen was fehlt was täuscht Schatten ne da scheint was zu fehlen das kann sein vielleicht mein Fehler dass ich da verkehrt programmiert habe mit den 12x5 das war da auf der einen Ecke der schmaler macht ich muss ja noch ein Fahrzeug haben ne und zwar ein Maishäcksel es gibt ja noch mehrere Sorten teuer und billig ja drucker auch drucker das ist ja nicht so viel und das brauchen wir noch das Maisgebiss Maispflücker das brauchen wir nicht Feldhexer Schneidwerke achso das wäre für Pappeln ein Pappeln haben wir noch nicht wir haben Neuronland ist jetzt noch richtig Mais Hopfen 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 auch so kann der kein also das ist ja klar kämpft ne 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 das heißt wir gehen mal ganz kurz rüber shop einsteigen so das Neuerung schafft für unser Mais damit beende ich dir die heutige Folge ich hoffe es hat euch gefallen es hat euch gefallen würde mich freuen über ein Like auch ganz gerne über ein Abo ansonsten schaut ihr ganz gerne morgen rein würde mich freuen und mich freuen danke dann ist er nur noch Maisfeld fertig ne denn ja dürfte bald der wachstum einsetzen dann sage ich mal tschüss und winke winke tschau tschau bis denne